Es gibt den Elfmeter für den FC Augsburg in der 88. Minute. Für mich ein V-Spiel, richtige Entscheidung. Vor ein paar Minuten schon ein Handspiel von Schulz, das nicht gehandelt worden ist, aber das war für mich auch ein Elfer. Und jetzt die Riesenmöglichkeit für den FC Augsburg in der Schlussphase, sich noch zu belohnen. Es wäre so verdient, Thorsten Hörn hat die Riesenchance auf den Ausgleich gehabt. Und jetzt aus Elfmetern Jan-Ingwer-Kalsen-Bracker gegen Ron-Robert Zieler. Ganz schön lang bei den Namen, aber am liebsten wäre es mir, wenn er es jetzt ganz kurz macht und das Ding reinpistert da. Wenn er trifft, der Kalsen-Bracker, dann ist das ein Unentschieden. Jetzt also das Duell Jan-Ingwer-Kalsen-Bracker gegen Ron-Robert Zieler. Was für ein Druck, was für ein Druck. Und was wäre das für eine Sache, wenn der FC Augsburg hier ausgleicht. Kalsen-Bracker, Tor! Er macht ihn rein, ausgleicht. Kalsen-Bracker, ganz lässig, ganz cool. Unten rechts rein und das ist verdient. Der FC Augsburg gleicht aus. Jetzt bitte, bitte noch mal fighten und diesen Punkt mitnehmen. Es wäre so verdient.